So wie es aussieht, haben Sie klare Corona-Symptome. Corona? Hau ab mit dem Scheißalter! Das ist doch alles von der Regierung nur erfunden und gelogen, Mann! Ach, Sie glauben nicht an Corona? Nee, Digga! Okay, dann hole ich jetzt den Notarzt. Tag. 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 Äh, moin. 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 Geht doch. Tja, was ist denn hier überhaupt los? Der Lappen hier glaubt nicht an Corona. Tja, 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 also junger Mann, selbstverständlich gibt das Corona. Nein. Doch. Glauben Sie, das hier ist ein Staubsauger? Erlogen ist das ein Staubsauger. Also doch nicht krank, sondern einfach nur ein dummer Corona-Leugner. Nein. Doch. Da hilft nur noch eins. Ich rufe jetzt den Weihnachtsmann an. Oh, nein! Doch. Ho, ho, ho. Was ist hier los? Der Vogel da, der glaubt gar nicht an Corona. Okay. Das haben wir gleich. Ho, ho, ho. Und jetzt stopp! Ah! 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 Glauben Sie jetzt an Corona? Ja, ja, Corona gibt es! Corona gibt es! Ich glaub da dran, lieber guter Weihnachtsmann, ich glaub da dran! Gut, so ist brav. Jawoll! Ho, ho, ho. Na geht doch. Oh, jetzt! Ah! Ah! Gesonnen! Ja, ja, ich fühle mich schon viel besser. Ich fühle mich gleich schon wieder gesund. Danke, lieber guter Weihnachtsmann. Gern geschehen, gern geschehen. Ich sehe gerade, du glaubst auch nicht an Corona. Na, dann komm ich dich jetzt gleich mal besuchen. Ho, ho, ho. Gern geschehen. Ja, ich höh. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich fühle mich schon wieder. Juhu. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Wie. Ich weiß. Das ist unglaublich!